willkommen zurück und wir haben ein paar übelst angeschlagene einheiten ja ja ich schicke dich hierhin du kriegst munition ja du auch hierhin und hierhin die stückers können auch langsam hier runter da in der nächsten runde holen wir uns das gebiet hoffentlich hier wir gehen hier drüber und hier drüber hier drüber und hier drüber wir brauchen alle munition erst mal das sieht gut aus war nicht schlecht kommt das schon kommt schon kommt schon kommt was machen wir panzer weg und so willkommen jetzt leider nicht gekillt aber ist okay hierhin die jäger können wir kurz tanken gehen würde ich sagen hier ja du bleibst erstmal bei dem da war da bist du erstmal guten hinten das war gut ging ist okay ist okay es ist weniger okay aber es geht noch so also wir gehen dann erst doch hier drauf habe ich dich nicht eben gekillt und jetzt mit 1 abgehauen stimmt ich habe mal panzer kommst du ran ja da oben ist ja noch der eine panzer wegen will ich da nichts hier an noch mal hier extra drüber kommen wir nicht ran und wird weil du könntest doch ja jetzt müsstest du da reinkommen jawohl wunderbar oh je oh je oh je okay jawohl hey kommandant leichte panzer meldet sich zur stelle jawohl hey kommandant ja wenn ich das mal feuer gemacht oh genial reichweite sichtradius ja wenn natürlich den helden aber reichweite sehr schön das bringt eigentlich auch nichts die arterie schicken wir darunter dass jeder hilft ja weil die bringt mir ja eigentlich gar nichts so du text die hier ab dann gehst du hier drauf und du text hier ab du kommst noch hier hin ja ich muss jetzt warten dass da irgendwas kommt ja b radio oder spieler macht mich fertig das kann doch nicht wahr sein jetzt kommt eine ganze luft ermator ja toll jetzt kriege ich jetzt kann ich die tiger bauen danke sehr früh den kann ich nicht holen weil er dazu den flugfeld nicht mehr schafft artillerie erst aber dafür haben wir platz wir haben sie dafür habe ich sie wahnsinn und dann kriegen sie nichts auf die reihe ich kann das alles abdecken hole ich die großen wenigstens weg wahnsinn achte unten ist ja auch noch ein jäger ok kommt man bitte auch so hat bereich wurde hier war das muss jetzt echt nicht sein und 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 Hm. Äh, das läuft gerade gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Jawohl, Herr Kommandant! Giech. Hm. Ich hoffe, dass ihr das jetzt gut hinkriegt, weil... Immerhin, die tausend Praxis, wo ich hier verdiene, ist für die Aufrüstung meiner Einheiten wieder. Ja, der fehlt natürlich, ist klar. Ja, ist bitter, ne? Mit einer Stärke von 6 kriegst du einen Schaden, das ist bitter. Das ist schon sehr bitter. Jawohl, Herr Kommandant! Okay. Okay. Ja, Herr Kommandant. Okay. Ja, Herr Kommandant. So, wunderbar. Lack hier hin. Jawohl, Herr Kommandant! Ich habe gedacht, hier wäre... ...einer hat hingerauscht, aber wohl doch nicht, habe ich mich geirrt. Start klar. Leichter Monster meldet sich zur Stelle. Start klar. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Und hier. Ne, noch nicht. Start klar. Go. Okay. Passiert erstmal nix. Der Auflehrer ist irgendwie am falschen Punkt. Muss man ganz klar sagen. Ja, ähm. Ich muss hier den Auflehrer jetzt hochbringen. Beteiligung. Hm. Ja. Angriff ist beim Bomber natürlich am besten. Ein Sichtradius. Echt jetzt. Ah, es gibt wirklich beschissene Helden und die... Und die... Nein. Jawohl, Herr Kommandantant. Und das ist so ein Teil davon. Jawohl, Herr Kommandant. Jawohl, Herr Kommandant. Jawohl, Herr Kommandant. Die Sichtradius hier. Stand klar. Stand klar. Stand klar. Stand klar. Also hier scheint alles ruhig zu sein. Hm. Ja gut. Hier unten noch lange. Ja, unter oben. Ah. Hat er wieder aufgepackt, oder? Alter hat der Luftwaffe. Wahnsinn. Moment mal. Ich kann die Luftwaffe nicht einsetzen. Stimmt es ist hier Regen. Ohhhh. Jawohl, Herr Kommandant. Jawohl, Herr Kommandant. Kanscher in Bewegung. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Gut, dann nutze ich das jetzt auch aus. So. Das heißt, zwei Jäger unten. Ein Jäger hier sind zwei. Plus Bomber. Ja. Eiu, jei, 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 jei. Ja, das sieht er bei Regen. mal wieder auf typisch ok verteidigung plus 2 ok das ist guter verteidigungs ja wohl ja 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 ist da unten noch was der ist da unten nicht mehr okay dann kommst du jetzt hier hin startklar 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 okay die jäger gehen da hoch ja das ist noch ein jäger kommst du her heuer die weite was luftwaffe wie stark sagt ihr ja er kriegt das hin ja oder auch nicht war schwach sehr schwach ob die 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 werden an die die Based ist Okay. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Jawohl, Herr Kommandant. So, in der Rest machen wir noch her. Go. Ah, ich hab die da oben vergessen. Mist. Ja. Da ist noch ein 10er. Oh, Gott. Oh, Gott. So, wunderbar. Hier hin. Hier runter. Noch einer. Er hat mir den Gefallen getan, dass er rausgerückt wird. Und das erleichtert mir hier natürlich dann einiges. Danke dafür. Sehr schön. Okay, wenn ich hier hingehe, kommt man nicht ran. So, das muss man nur noch die Bomber da in den Griff kriegen irgendwie. Mal sehen. Ja, genau. Super. Das ist jetzt ein Problem. Jetzt hat er natürlich sich hier aufgeblustert. Aber die sind. Wow, der startet direkt mit Erfahrung beim Kaufen. Das ist natürlich echt bitter. Okay, kann man hier hin. Auf geht's. 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 stell dich mal hier hin dass du hier bis zum klopf da oben hat er den gezielen gestellt damit ich hier nicht mit dem bomber ankommen nicht ich bin gar nicht dumm hilft dir noch nicht das erste mal die sich hier ein bisschen ab und jetzt sehr schön gut immer hier hin weil sie abhaut ist ihm vielleicht stoppen kann ja ja hallo hat aber auch jetzt böse dabei gewonnen sehen wir es mal so und noch mal schaut sich hier aus ne 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 gottes willen ja das hat alles wunderbar geklappt start perfekt zack und dann war ein bisschen zu nacht dass ich hab's jetzt komplett wieder mal unterschätzt und anders wird dann knallert bestraft ok kommen wir drauf aber es ging gut ja okay dann so jetzt entscheidender sehe ich ja das gebiet war mir jetzt war ziemlich uninteressant war blutplätze ist nix der kann ich da produzieren er konnten und produzieren das hat man gesehen also immer guckt dass man schnell seine produktionsfelder gehabt man dann ruhe hat also hat alles gut geklappt sogar bis hier unten bis dann hier ja dann kommen dann ist hier oben ja aber was der luftwaffe hat das wahnsinn also der panzer ist komplett passiv der ist gar nicht gekommen wo ich damit gerechte dass der vielleicht darunter kommt aber okay gut muss ja nicht muss ja nicht okay dann gucken wir uns mal an jedes einzelne ihrer vorgegeben ziele wurde angenommen noch beeindruckt kann ein sieg wohl nicht sein herr generell fettmannsstein die sind herr über die ältesten schlachtfelder ganz offensichtlich scheinen sie in der gunst des geistes was da ganz des großen zu stehen okay der sagt mir das gar nicht so unsere zahlreichen freunde im irak heißen sie willkommen und können jetzt endlich die regierung wiederherstellen die die briten 1941 gestürzt hatten den alliierten bleibt nur einzig und allein noch wasser als letzte hoffnung ja und dann wissen wir wo sie uns als nächstes hin schlagt dann haben wir in afrika unsere erste stadt schlacht basra was wenn das jetzt kommt kommt noch sagen ich glaube was rum ist jetzt kommen dann haben wir die erste stadt schlacht und es gibt ja neue panzer wir haben ja schon gesehen dass es ein tiger gibt noch mal gucken wie wir das machen welche einheit am besten geeignet ist aber das immer dann noch später sehen das war von dem part bis dann und tschau ja 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 ja